Ein guter wie? Was möchtest dann du hier? Mein lieber Freund, ich bin sehr erfreut und glücklich, dich wiederzusehen. Der spricht wie ein Dichter. Hier ist mein alter Kumpel Nomoroviz, ein Architekt aus Alexandria. Wir kennen uns ewig. Meine Königin hat mir befohlen, für Zeltzer einen Palast zu bauen, und zwar innerhalb von drei Monaten. Andernfalls will Kleopatra mich den Krokodilen zum Fraß vorwerfen. Also ich steh den Handkäs bevorzuge. Halte Gott. Und wenn du mir nicht helfen kannst, dann bin ich hoffnungslos verloren. Immer schön locker, Nomoroviz. Ich mach mich mit dir da, Nunner. Und mir zwar, Komma Achmed, und basse auf euch auf! Beim Osiris, meint ihr das ernst? Komm, Idefix, wir machen uns jetzt auf die Socke. Ich glaub, sagt. Ei, warum dann nicht, Herr Asterix? Für so kleine Viecher ist der Weg viel zu lang, Herr Obelix. Schluss jetzt, pack dein Krempel. Bin ich hier der Hannebambel? Oder kann ich vielleicht auch mal ein Wörtchen mittreten? Meine liebe Leute, macht uns kein Schand am Nielchen. Und lasst euch nette Himmel auf den Herrn Deckel fallen. Ich hab für euch ein klar Abschiedsliedchen auf die Leier gelegt, Herr Barme. Ich rate dich mitmachen, Herr Schildscher. Ich mache dich mitnehmen! Attrage